Nachdenkseiten Die kritische Website Amazonien – Aufschrei zur Rettung der weltgrößten Klimaanlage Teil 1 – Der programmierte Kahlschlag des Bolsonaro-Regimes Ein Artikel von Federico Füllgraf, verantwortlich Redaktion Zitat Brasilien ist in den Händen des Teufels und sein Unglück ist einmalig Zitat Ende Mit diesen Worten betitelte am vergangenen 4. Mai Mino Carta, Herausgeber der Wochenzeitschrift Carta Capital, eine vehemente Anklage gegen den Präsidenten Jair Messias Bolsonaro wegen seines haarsträubenden Umgangs mit der Covid-19-Krise in Brasilien Amazonisches Roulette Doch Wortwahl und Ton wurden noch schärfer und schriller in der Beurteilung von Bolsonaros Vorgehen in der Amazonas-Politik Zitat Pervers, faschistisch und seelenlos Zitat Ende So bekräftigte Tarso Genro, ehemaliger Justizminister in der Regierung Luis Inacio Lula da Silva, Carters Abscheu in einer neuen harten publizistischen Abrechnung vom 24. Mai Hier paarte sich das gegen das übrige schutzlose Brasilien, erwiesenermaßen praktizierte Nichtstun mit der offenen Sabotage von Umweltauflagen und gesundheitlichen und territorialen Grundrechten der indigenen Bevölkerung Ein niederschmetterndes Szenario, dessen Beschreibung als gesonderter zweiter Teil in den kommenden Tagen auf den Nachdenkseiten erscheinen wird Mit seinem Covid-19-Negationismus und dem absurden Aufruf gegen die weltweit empfohlenen sanitären Schutzmaßnahmen ist Bolsonaro indirekt für mehr als 75.000 Virustote und direkt für den neuen Entwaldungsrekord Amazoniens verantwortlich In den Mainstream-Medien hieß es schon damals, die Rekordwaldbrände im Amazonas seien die Vorboten der Vernichtung Mehrere Forscher befürchteten, das Ökosystem könnte in Zukunft einen verheerenden Kipppunkt erreichen Leider behielten sie recht Die Regenwaldvernichtung nahm im ersten Halbjahr 2020 um 24% gegenüber dem Vorjahr zu Zerstörte mehr als 3000 Quadratkilometer reichhaltigster botanischer und zoologischer Artenvielfalt Und brach den Rodungsrekord der letzten 10 Jahre Der Trend hält allerdings seit Mitte der 1990er Jahre an Der massive Waldeinschlag erreichte 1995 seinen ersten Höhepunkt Stieg 2002 noch weiter an und übte auf die 2003 angetretene neue Regierung Lula da Silva massiven einheimischen und internationalen Handlungsdruck aus Die Ergreifung wirksamer Maßnahmen zeigte 2005 erste Erfolge Der Holzeinschlag war rückläufig und erreichte 2012 ein historisches Rekordtief Im Kontrast zu ihrer unumstritten fortschrittlichen Sozialpolitik im Allgemeinen praktizierte die seit Anfang 2011 amtierende Regierung Dilma Rousseff jedoch eine eher technokratische Amazonien-Politik Zum einen strich sie brutal Lulas 4 Milliarden US-Dollar-Budget für den Schutz der indigenen Völker und des gesamten Waldbioms auf bloße 600 Millionen US-Dollar zusammen Zum anderen bewilligte sie höchst umstrittene Stauseeprojekte wie Belo Monte mit verheerenden Folgen für indianisches Land und die umgebende Natur Die schädigende Amazonien-Politik wurde von der sich anschließenden ultraliberalen De-Facto-Regierung Michel Temers verschärft Während seiner Administration dokumentierte ein Bericht des World Resource Institutes WRE dass 2017 weltweit nahezu 16 Millionen Hektar tropischer Wälder verschwanden Fast die Hälfte der Fläche Deutschlands Die von den größten Waldrodungen betroffenen Regionen waren Südostasien, Zentralafrika und Lateinamerika und hier insbesondere Brasilien Bildlich knallhart ausgedrückt wurde in jeder Minute der vergangenen drei Jahre eine Fläche mit der Ausdehnung von 40 Fußballfeldern abgeholzt oder verbrannt um Platz zu machen für den monokulturellen Sojaanbau zur Anlage von Viehweideflächen für den Fleischexport und für den zunehmenden und rabiaten internationalen Bergbau Den internationalen Bergbau-Konzernen wollte Temer noch 2017 das Kupferreservat Renka mit der Ausdehnung Dänemarks in den Rachen werfen Er scheiterte jedoch am verbissenen Widerstand der indianischen Gemeinden von Juristen und Medien weil die Konzession die Zerstörung zahlreicher anerkannter Indianer-Territorien und von 47.000 Quadratkilometer Regenwald bedeutet hätte Das Auf und Ab in der staatlichen Schutzpolitik der vergangenen 50 Jahre gleicht einem makabren und nicht enden wollenden Roulette Denn selbst der erbittertste Widerstand konnte die Vernichtung ganzer 20% der 5,3 Millionen Quadratkilometer amazonischen Regenwaldes nicht verhindern der 10% aller bekannten biologischen Lebensarten der Erde beherbergt Die in Anführungszeichen fliegenden Flüsse als Befeuchtungsmaschine des Weltklimas Doch was ist an der weit verbreiteten Legende dran Amazonien sei die grüne Lunge der Welt? Das Missverständnis nähert sich von einem Zahlenirrtum wie er selbst vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron angenommen wird Vor einem Jahr twitterte Macron Amazonien erzeuge 20% des Sauerstoffs des Planeten Die Annahme wird unter anderem von Niklas Höhne Experte für Treibhausgasminderung an der niederländischen Universität Wageningen korrigiert Nach Höhnes Berechnungen absorbieren Wälder und Böden weltweit etwa ein Drittel der menschengemachten CO2-Emissionen Daran sei Amazonien jedoch nur zu einem Sechstel beteiligt Amazonien nimmt also 5% der vom Menschen verursachten Emissionen wieder auf So Höhne Der entscheidende Einfluss Amazoniens auf das Weltklima ist ein ganz anderer Und wird er gestört Kann er mit dem sogenannten Kaskadeneffekt in einer weltweiten Katastrophe enden Die Rede ist von den sogenannten fliegenden Flüssen als Phänomen des Feuchtigkeitstransportes aus dem Amazonasbecken in das übrige Brasilien und rund um die Welt Anders ausgedrückt Der Amazonasregenwald fungiert im Wesentlichen als natürliche Wasserpumpe Die sogenannten fliegenden Flüsse sind Massen feuchter Luft die von Amazonas ins übrige Brasilien strömen und die Regenbildung fördern Bruno Takeshi Tanaka Portela Meteorologe und Klimaforscher am Brasilianischen Institut für Amazonasforschung kurz INPA warnt jedoch, dass die Zunahme der Waldrodungen im Laufe der Jahre zu einer Abschwächung dieses Phänomens geführt hat Zitat Fliegende Flüsse verlieren Wasser und wirken sich folglich auf den Regen aus Da der Klimawandel mit Entwaldung verbunden ist handelt es sich um einen wellenförmigen Effekt Weniger Bäume, die beim sogenannten Schwitzen helfen Weniger Wasser in der Atmosphäre Weniger Regen Mehr Dürre Zitat Ende Nach Berechnungen Portelas pumpt ein Baum mit einer Rundungsdicke mehrerer Meter täglich mindestens 300 Liter Wasserdampf in die Atmosphäre Ein Baum mit mächtigerem Umfang kann mehr als 1000 Liter pro Tag in die Luft pumpen Diese gigantischen Mengen Feuchtigkeit entziehen der Atmosphäre Wärme und tragen zur Kühlung der gesamten Welt bei Im Jahr 2013 schätzte eine INPA-Studie die Baumzahl im Amazonasgebiet auf 400 Milliarden Einheiten Eine Zahl, der sieben Jahre später ein zweistelliger Prozentanteil abgezogen werden muss Zitat Doch die Zerstörung des Regenwaldes könnte nicht nur das Klima in Südamerika sondern auf der ganzen Welt beeinflussen Weniger Regen und Phasen extremer Trockenheit sind die Vorboten von Klimaveränderungen Zitat Ende Alarmierte die deutsche Sektion des World Wildlife Fund kurz WWF Kill the Messenger Was sich indes hinter den institutionellen Kulissen der Amazonien-Politik des Bolsonaro-Regimes abspielt spottet jeder Beschreibung und kennt nur in der Fiktion eine Präzedenz Nämlich im US-Krimi Kill the Messenger aus dem Jahr 2014 Der Film erzählt die Geschichte des Reporters Gary Webb der die Beteiligung der CIA am Kokainhandel im US-finanzierten Krieg der Contras gegen die Sandinisten in Nicaragua dokumentierte und wegen seinen Erkenntnissen aus den Mainstream-Medien entlassen und boykottiert wurde Ähnlich geht es seit der Machtübernahme Bolsonaros und der Militärs im brasilianischen Institut für Raumforschung INPE zu Seit 1988 wird der Waldeinschlag in Amazonien vom INPE mit Satelliten berechnet und regelmäßig publik gemacht Der erste Anschlag gegen die wissenschaftlichen Erkenntnisse des INPE erfolgte vor einem Jahr als der weltweit, auch in Deutschland renommierte Institutsdirektor Ricardo Galvao fristlos entlassen wurde Der Grund? Den Militärs und Bolsonaro Passten die alarmierenden Daten über die Waldbrände nicht Kurz nachdem das INPE im Juni 2019 in Amazonien einen Entwaldungsanstieg von 88% gegenüber dem Vorjahr anzeigte Beschuldigte Bolsonaro Galvao Zitat Im Auftrag einer NGO Zitat Ende Zu lügen und zu handeln Eine lächerliche Unterstellung Die von Galvao in- und ausländischen Experten strikt zurückgewiesen wurde Die INPE-Erkenntnisse kamen den amazonischen Kolonisierungsplänen des Militärs und Bolsonaros in die Quere Diese Pläne wozu die Nicht-Anerkennung indianischer Hoheitsgebiete gehörte waren Ende 2018 kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten mit der Eingliederung des Umweltministeriums in das von einer Großgrundbesitzerin geleitete Landwirtschaftsministerium und der wissenschaftlichen Ausblutung der nationalen Umweltaufsichtsbehörde IBAMA angekündigt worden Ein knappes Jahr nach Ricardo Galvaos Entlassung traf es nun die Wissenschaftlerin Luvia Wieners Generalkoordinatorin für Geobeobachtungen am INPE Sie wurde am vergangenen 13. Juli vom Minister für Wissenschaft und Technologie dem Luftwaffenoberst Marcus Bontes ebenfalls entlassen Der Entlassungsgrund wiederholte sich Wieners war verantwortlich für den jüngsten INPE-Satelliten-Echtzeitscan der 3000 Quadratkilometer großen Waldzerstörungen vom vergangenen Juni 2020 dessen Daten den Inspektionsteams als exakter geografischer Hinweis auf Umweltkriminalität dienen Diese sollte aber auf Wunsch des Militärs geflissentlich vertuscht werden Minias Entlassung stieß auf empörte Reaktionen in der brasilianischen Politik und Medien Solidarische INPE-Wissenschaftler beschuldigten das Bolsonaro-Regime der militärischen Unterwanderung des Instituts Ungerührter europäische Appetit 20% der EU-Fleisch- und Soja-Importe aus Brasilien auch der British Army sind illegalen Ursprungs Die internationalen Anklagen gegen den Vernichtungsfeldzug haben jedoch kaum Einfluss gehabt auf das Konsumverhalten deutscher Verbraucher und das Geschäftsinteresse europäischer und deutscher Importeure vom brasilianischen Rindfleisch und Soja Brasilien ist der größte Rindfleisch-Exporteur der Welt und erhöhte nach Angaben der Organisation Foodwatch seine Fleischexporte in den vergangenen 14 Jahren um mehr als 700% Die EU-Importe rangieren hier auf Platz 3 nach China und Ägypten und erleben seit 2018 einen beachtlichen Anstieg Eine am vergangenen 16. Juli von der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie verweist jedoch auf einen peinlichen Umstand für in Anführungszeichen umweltbewegte EU-Regierungen und Bürger Um sogenannte faule Äpfel der Agrarindustrie aufzudecken entwickelten Forscher aus Brasilien, Deutschland und den USA eine leistungsstarke Software die öffentliche Messdaten und Karten verwendete und damit 815 Farmbetriebe in beiden Gegenden untersuchte Ziel der Untersuchung war die Ermittlung ländlichen Produktionsursprungs von Soja und Rindfleisch der mit den jüngsten illegalen Waldrodungen im Zusammenhang steht Die Erkenntnis 20% der Soja-Importe der EU die in Europa zu Nahrungsmitteln und Futter für Zuchtvieh verarbeitet werden entstammen möglicherweise Gebieten mit illegalen Waldrodungen im Amazonas und in der südlich davon gelegenen Kerado-Steppe Der Untersuchung ging vor einem knappen Jahr eine noch peinlichere Enthüllung der britischen Umweltorganisation Earthside voraus Demnach enthalten die von den Streitkräften verteilten Truppennahrungspakete Operational Ration Packs ORP von 2009 bis mindestens 2016 Rindfleisch und Hühnchen des umstrittenen brasilianischen Unternehmens GBS seines Zeichens der weltgrößte Fleischverpackungs- und Exportkonzern Untersuchungen ergaben dass Westay Foods ein langjähriger Lieferant des Verteidigungsministeriums MOD und britischer Catering-Anbieter für Militärpersonal im aktiven Einsatz zig Tonnen brasilianischen Rindfleisch von GBS für militärische Mahlzeiten verwendet hat Darunter Beef with Cassava Chili con carne Beef stroganoff und Chicken-owned juice Earthside wirft dem MOD zu Recht vor Es betreibe Geschäfte mit einer brasilianischen Firma die seit Jahren wegen Umweltschädigung systematischer Korruption und Menschenrechtsverletzungen unter Anklage steht Das MOD bestätigte allerdings süffisant dass weiterhin brasilianisches Rindfleisch darunter auch von GBS verwendet wird Der Konzern wurde 2017 unter anderem zu einer Geldstrafe von 6,5 Millionen Pfund verurteilt nachdem er Rinder geschlachtet hatte die auf der Fläche von illegal abgeholzten Wald aufgezogen worden war Finnland hatte bereits im August 2019 dafür plädiert die EU solle ihre Fleischimporte aus Brasilien stoppen predigte aber in der Wüste und wurde von den EU-Schwergewichten überhört Die geschilderten Vorfälle könnten jedoch mit einem an Skandal schwer zu übertreffenden Event von Ende vergangenen April zusammengefasst und erklärt werden Es war eine mit Dringlichkeitsstufe einberufende Kabinettssitzung Bolsonaros zu deren Stimmungsbomben die 25 verbalen Ausfälle des Staatschefs wie Hurensöhne und der Vorschlag des Umweltministers Ricardo Salies gehörten Zitat Wir sollten die Gelegenheit für die Deregulierung der Rechtsprechung nutzen Die Presse ist jetzt durch Covid-19 abgelenkt Zitat Ende Salies zufolge wäre es an der Zeit Änderungen von Umweltschutzvorschriften und zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion voranzutreiben Zitat Ein kurzer Rückblick ist jedoch erforderlich um die radikale Kehrtwende in Bolsonaros Umweltpolitik zu durchschauen UN-Daten von 2015 hatten gezeigt dass Brasilien eines der zehn Länder mit den weltweit höchsten Treibhausemissionen ist Doch die Regierungen Lula da Silva und Dilma Rousseff hatten sich auf dem Pariser Klimagipfel dazu verpflichtet die Treibhausemissionen bis 2030 um 43% gegenüber dem Niveau von 2005 zu senken Um dieses Ziel zu erreichen sollte unter anderem der Anteil nachhaltiger Bioenergie am Energiemix erhöht und 12 Millionen Hektar Wald wieder aufgeforstet werden Diesen Verpflichtungen sollte allerdings auf Wunsch der Militärs der Garaus gemacht werden Also riet Saliez den Präsidenten und den de facto regierenden Generälen insgeheim Gesetze die er mit Vieh umschrieb zugunsten von Großgrundbesitzern Bergbauunternehmen und ausländischen Investoren Zitat durchs Gestrüpp zu jagen Zitat Ende will sagen mit Umgehung des Parlaments zu ändern Saliez gilt als einer der korruptesten Mitglieder der Bolsonaro-Administration Gegen den Minister wird seit Anfang 2019 in drei Fällen wegen Urkundenfälschung Betrug und Geldwäsche ermittelt Die Staatsanwaltschaft Sao Paulus beantragte bereits unmittelbar nach seiner Nominierung seinen Rücktritt wogegen der Jurist die Protektion von Militärs erhielt und im Amt verblieb Der de facto Chef der Amazonienpolitik im Kabinett Bolsonaro ist längst sein Vize General Hamilton Mourau Im Januar 2020 erließ Bolsonaro ein Dekret zur Wiederbelebung des 1995 geschaffenen sogenannten Amazonienrates unter Vorsitz General Mouraus von dem nicht nur sämtliche Gouverneure der Region sondern vor allem die Indianerbehörde Funai und die Umweltbehörde IBAMA ausgeschlossen wurden Kaum war der Beschluss gefasst besetzte Mourau den Rat mit 19 Heeres- und Luftwaffenoffizieren Aufgabe des Rates sei so der General Zitat die Koordinierung und Überwachung der öffentlichen Politik im brasilianischen Amazonas Zitat Ende insbesondere von Maßnahmen zur Verhütung, Kontrolle und Unterdrückung illegale Handlungen mit anderen Worten Amazonien steht unter der Herrschaft des Militärs doch was hat der Fleischverbrauch der britischen Truppen damit zu tun wie Blackrock und Blackstone Amazonien vernichten man könnte auch fragen was hat Blackrock der mit 7,4 Billionen US-Dollar laut Stand Dezember 2019 weltweit größte Vermögensverwalter mit Amazonien zu tun zum Staunen der Leserinnen und des Lesers eine ganze Menge Blackrock ist nämlich ein wichtiger Aktionär beim Fleischkonzern GBS der nach Zahlung milliardenschwerer Gerichtsstrafen wegen Schmierung von 1800 brasilianischen Politikern der Exekutive und Legislative seinen Hauptsitz in die USA verlegte bereits Ende August 2019 enthüllte die Investigativplattform The Intercept Zitat Der Wunsch als ethischer Investor gesehen zu werden hat Blackrock jedoch nicht davon abgehalten zur Klimakrise beizutragen indem er den weltweit größten Fleischverpacker GBS der Jahr für Jahr wegen Kauf von Rindern auf illegal abgeholzten Amazonasland verklagt wurde erhebliche Finanzmittel zur Verfügung stellt Zitat Ende Investigativreporter Ryan Grimm stieg hinter das parteipolitische Interessengeflecht von Blackrock und Blackstone deren CEOs Larry Fink und Steve Schwarzman jeweils zu den Hauptspendern der Präsidentschaftskampagnen von Joe Biden und Donald Trump gehören und getrennte milliardenschwere Amazonasgeschäfte betreiben Sie signalisieren in welche Richtung die per Gewalt hergestellte militärische Überwachung durch Brasiliens Generäle das Schicksal Amazoniens lenken soll ein Schreckensszenario dessen Beschreibung eine weitere Fortsetzungsreihe erfordert Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens Sie können uns auch bei iTunes Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte her übend in la Phase